Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel, äh nicht das, tägliches hier, Might and Magic, Error of Chaos. Ich habe es so schnell heruntergeladen, das gesagt hier, nicht das. Dann starten wir das Spiel mal, voll mit rein und let's go. Service, äh Service, Server. Ich bin auf dem Server 84. Bam, 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 bam. Ich habe meinen IT-Account, ich habe mir gar nicht nachgeschaut, ja. Kein vorderen, super. Wir sind da. Ja, ich bin ein Rückkehrer, bestätigen. Ich habe keinen Code. Wir kommen zurück. Hat jemand einen Code? Ich habe keinen Code. Mist. Äh, bestätigen, bestätigen. Okay, wir bestätigen mal alles hier. Nachrichten. Einfordern. 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 Kann man nicht alles einfordern? Okay, wir fangen mal direkt an. erst mal die roten punkte ein bisschen wir machen das einfach wir gehen zu den missionen und sind die mission und fangen wir direkt mit dem täglichen ziel an schließe eine beliebige unter kunststufe 20 mal ab 20 mal das heißt 20 mal gewinnen dafür super wenn wir wüssten was wir brauchen da muss ich doch nochmals rausgehen ich bin noch kein graf schade da fällt mir noch ein und bei dem boah da fällt mir noch helfen ok da 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 wo war das wo war das lass ich mal kurz überlegen bei helden war das meinst du wirst ich habe das kampf gedrückt rechts sind pferde Ich brauche einen Tank hier hin, den brauchen wir da hin, ich brauche einen Tank hier hin, weil da ist ein Tank, hier sind die Ferdermütze nicht durchreitend zu meinen Bohrungsschützen. Brauchen wir hier ein Pferd, hier ein Pferd, ah, ich kann keine mehr, das müsste aber reichen. So überspringen wir mal das ganze, das können wir ja schon. Autostart. Oh, die sind down. Das schaffe ich doch nie, auch nicht. Ach, das ist ein Tau. Der da oben, da oben. Nein. Ja, der der da oben, 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 da oben. Ja, das ist der Schmier. Oh, bitte mach dir noch schnell noch schnell Puppe, bevor meine ganze Daube zieht. Ja doch, es könnte noch, es wird knapp, aber ich könnte es noch schaffen, ja doch, das schaffe ich noch, oder? Bei mir geht es schneller zu bewegen, bei ihm. Nein! 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 Naaaa! Los komm! Bitte! Einer gegen Eines! das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, warte mal, dann machen wir es nochmal, das war so knapp gewesen, das muss ich halt nochmal probieren, und es ist jetzt mal jetzt beide, ja, beide Reiter, beide zusammen auf einen gehen, ja, das ist bestimmt besser dann, denke ich mal, hoffe ich. Und ich muss den da unten, den Tank schnell kaputt kriegen, der ist ganz schön stark, ach so, du kannst nicht, ach so, ja, wo musst du den Bussen da hält, ja, so, komisch, komisch, jetzt geht's, kannst du passen, pass auf, Oh, super schnell Nice, du dein Pferd ist zusammen, doppelt so stark, damit ich doppelt so schnell fange, Meister weg, ja, das musste gesagt werden, gewonnen, das ist überhaupt gut, ja, ok, aber ich wollte den Kampf gar nicht machen, aber wie kämpfe ich einfach, nein, gar nicht. Geschichte, ach, oft Geschichte, mache ich, haben die auch so eine Geschichte, ne, ich habe eine Geschichte, ne, ich habe eine Geschichte, ne, oh, cool, wusste ich gar nicht, Ein Skill, ich habe dahinten ein Skill, und das ist der Skill, und den Selten. Der hat auch ein Skill, aber ich habe nur den einen. Und der hat auch mehrere Skills, aber ich habe nur den einen. Gut. Das soll uns aber nicht stören, weil wir wollten was ganz anderes machen, wir wollten auf die Einheit gehen. Und da wollte ich nämlich jetzt ausrüsten. Dem stimmt was nicht. Da muss ich die Sachen lila haben. Hier. Ach, die Maus, die will nicht mehr richtig. Die ist ja auch schon alt. Ich brauche diese. Ah, hier. Das meinte ich. Vier. Das heißt, sind alle wahrscheinlich. Was ist noch los mit der Maus? Ja. Bisschen schneller machen? Auch nicht. Eine Minute muss man kurz hier den Schmutz von den Laser entfernen. immer schönen Laser gucken, dann sieht man gar nichts mehr. Dann wird man blind. So. Ah, schon besser. Okay. Haben wir gemacht. Und hier. Kapitel. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Wo ist das Buch? Ich sehe das Buch nicht. Kann doch nicht sein. Ach. Ich brauchte. Na ja. Gute Morgen, Stefan. Gut geschlafen. Ich denke schon. Ach. Bei denen ist jetzt so. Zum aufwerten. Okay. Gut. Das war das, was wir machen heute. Ah. Mission. Ah. Seh mal. Sorry. Hab ich jetzt gerade gemacht. Wo ist das Buch? Ah. Dungeon. Oh. Ich brauch noch. 15 mal die Dungeon. Äh. Dann machen wir mal. Ich muss die Story 6. Abschließen. Sie ist doch hier abgeschlossen. Ha. Egal. Wir nehmen den hier. 5 mal durchspielen. Gibt es mehr EPs. Weil das das stärkste ist. Oh. Bei denen auch. 5 mal durchspielen. Und noch einmal. Oh. Ging nur 2 mal. Ich hab keine Energie mehr. Ey. Ich muss 20 mal durchspielen. Komisch. Komisch. So. Das hat ich mal durchgespielt. 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 Energie musste ich kaufen. Klar. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Und jetzt kommt. Gibt 500.000 Gold aus. Gold ausgeben. Nächste Stufe. Nein. Das ist kein Gold ausgeben. Das sind die Einheiten. Gildentechnologie. Ja. Warte mal. Ich hab eine eigene Gilde. Nein. Ah. Ich hab 11.000. Oh. Wird schon mal teurer. Super. Puh. Danke Simon. Ich hab drei Leute dagegen. Da ist die Gildentechnologie. Und da musste ich. Weh. Pünftbank FOR��. Spende 5 mal gegen Technologie, haben wir gemacht, Spende 1 mal gegen Technologie, haben wir gemacht, muss noch Geld ausgehen, Geld, Geld, wie soll ich denn Geld ausgehen, ich verstehe das nicht, auf Stufen, hm, lass mich mal überlegen, hier Geld ausgehen, vielleicht da, nekromant, so ein bisschen aus Deutschland, soll das Europa sein, naja, bisschen anders, neutral, da kann man noch gar nicht, okay, ich muss Geld, 50.000, wenn ich jetzt, und der schwächste ist, doch eigentlich immer der unterste, der hier, gehen wir da mal auf Stufen, der hier, oh, okay, ich verstehe das nicht, dass ich hier Geld ausgeben soll, ich mache das anders, ich gehe hier raus, bin ich hier, und suche mir den Shop, wo ist hier ein Shop, jetzt muss ich auch hier alles durchklicken, einfordern, hier kann ich nur, sonst erhalten, mit einem neuen Dungeon freigespiele, Laden, da, hier ist der Laden, mit richtigem Geld, und Diamant, Oh, da kommt man hier gar nicht mehr weiter hier. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich aktiviere die ganze Zeit aber im Wechseln sich die immer nur ab. Ha. Ich nehme den Koffer. Einheiten. Oh, okay. Okay. Pump. Hier kann ich Gold verbrauchen. Ah. Das ist mein Baby. Ich nehme den Koffer. Ich nehme den Koffer. Ich nehme den Koffer. Da geht nicht Goldhütze aus. So, schön. Da verschwindet mein Elixier jetzt. Und jetzt müsste das Gold verschwinden. Ah, eine Million ausgehen. Okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Hier geht es auch. Und wenn ich es nächstes Mal vergessen habe, müsst ihr es mir sagen. So, dass man jetzt zwei Sachen nicht einlösen konnte. Schön, schön, schön. Und es geht weiter mit der Arena. Dreimal in der Arena kämpfen. Ich bin da. Ich bin ein Kampfkampf. von 105.000. Kämpfe gegen die 39.000. Ich habe jetzt sogar noch einen Platz frei. Er kann jetzt 7 angreifen. Aber der hat nur 6 drin. Freundin zufüllen. Chatten. Ne? Gegen den Kämpfe. So. Die sind super stark geworden. Das Magier. Ich seh mal mit denen aus. Kampf. Da, 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 da. Ach, das habe ich gar nicht angeschaut. Schaut wie der andere das. Ach, Mist. Voll falsch gemacht. Boah, der macht hier. Richtig dampf. Gegen Rocko. Ne, Rock heißt er. Gegen Rocko. Ne, Rock heißt er. Ne. Und Rock ist. Stimmt jetzt erst. Ich glaube, der hier stimmt. In der Mitte. Ne. Rock stimmt. Hier ist der in der Mitte. Jetzt der. Und down ist er. Ach, shit. Verstätigen. Wir nehmen die goldene Mitte. Rock. Genau, den haben wir down gehauen. 105. Und wir nehmen den hier jetzt. Schauen. Der hat alles nach oben verlagert. Das ist richtig gut. Dann kannst du nämlich hier so an der Seite mit dem Reiter vorbeilaufen. Ähm. Allerdings ist er da dann auch sehr stark. Und dann braucht man ein bisschen. Geht noch einer? Ach, es geht noch einer. Geht noch einer? Nein. Schade. Ich bin gleich jemalsch. Ich bin gleich jemalsch. Ich bin gleich jemalsch. Fahne ich nur noch mal. Kieg es mich, zur Reiterung! Alles down, jetzt fehlen wir lieber. Ah, meine Nasen sind schon wieder rock. Na ok, das war Nummer 2. Ah ja, der ist da. Den können wir kämpfen. Wir wollen ja weiter nach vorne, deswegen kämpfen wir gegen Leute, die vorne sind und nicht hinten. Da können wir jetzt einmal ein Pferd hier benutzen. Das werden wir sein lassen, den. Da kommt der weg. Warte mal. Wir packen erstmal alle weg. Dann war einmal den, damit ich sehe, was meine stärksten Leute sind. Die Magierin, klar. Konnte ich mir denken, dass die stärkste ist. Die setzen wir hier, oder nein? Ich glaube hier, da ist mehr ein geschehen von, oder ne? Wir arbeiten uns von unten nach oben durch. So, dann haben wir eine ganze Reihe voller Tanks, so können die Reiter nicht durchreiten. Bei denen ist das eigentlich egal. Aber... noch zwei Plätze jetzt frei. Ein Tank ist auch noch ganz oben mit dabei, also stark. Machen wir mal den auch mal da hin. Da sind meine stärksten Leute drin. Sind 111.000. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich mache zwar nicht viel Schaden, aber ich halte viel aus. Und dann wird es verdorben von den Reitern. Oh, und da ist jemand gestorben. Ich schau mal viel. Immer Entschuldigung. Oh... Oh, das ist doch... Und wieder Rock. Ich glaub du möchtest, dass ich heute Rock gewinne. Später. Ich hab euch also dann schon bewertet. Ich wünsche Sprecher. Aber Waffen. Jetzt kann man auch gegen den kämpfen. Du, du, du. Und. Jetzt setzt man da hin. Pferd auf Pferd. Gut. Oh, die sehen ja cool aus. Das sind Nahkämpfer. Jetzt ist er zu durch. Ah, dann muss ich erst wieder dauer. Ich halte noch nichts aus, diese Brunschen. Jawohl, meine Reiter sind durch. Das heißt. Wo bin ich? Oh, das sieht aber schlecht für mich aus. Die da oben auf mich da. Nein. Bitte nicht. Der Mist. Einer ist noch da. Was? Das wird ganz knapp. Der muss jetzt so richtig Scham machen. Hau, alles raus, was du hast. Oh, los. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Und bei mir da ein Magier knallt noch was. Okay, knallt. Nicht mehr. Knallt. Aber hat ein bisschen was drauf geknallt. Ich hoffe, das reicht. Das sind nur 36 Sekunden. Die Zeit läuft. Wow. Ich glaube, die Zeit läuft vorab. Habe ich dann gewonnen, weil ich mehr Energie habe wie er? Niederlage. Nein. Es ist eine Niederlage. Oh, schon wieder war. Es war eine Niederlage. Du wurdest besiegt. Ich wurde besiegt. Ich habe nur einen Kampf frei. Und das wird der hier dann. Tank. Tank. Da brauche ich eigentlich keinen Tank. Wo ist denn dahinter ein Tank? So. Dann renne ich hier durch. Das geht jetzt ganz schnell. Und das ist ganz schlimm. Ich bin jetzt aber schon mal gelegt. Und da ist das wirklich gut. Und das geht noch? Ich werde mich auf die Aufrufe. Ich nehme dich tatsächlich zurück. Und das ist ja vielleicht mal her. Ich werde mich auf den Mund, so ist es in der Zeitung. Und ich habe das schon mal in den Haufen. Und er kann mich über eine comunidad. Die Haufen! Es gibt und ich habe es sehr gut, und schalte 3 wieder herzlichen Glückwunsch das waren alle fünf Angriffe ich brauchte nur drei Kumpen Greifen die Schatzkammer einmal bitte? Gut, die Schatzkammer angreifen da brauchen wir die ganze Reihe ich probiere mal um an einer Stelle durchzulaufen Kumpel und Kumpel die Schatzkammer zack, einmal und endlich nehmen wie war Kumpel von Kumpel einmal war ich fast beim Gold angekommen vielleicht wäre es damals registriert sie sie jawohl Aber fertig, die Krypte angreifen, dann voll, dann machen wir doch, ähm, ich brauche noch, 3 darf ich noch einsetzen, hohoho, ich darf keinen, nur mit Magier und Bogenschutz. Held ist dann der Vorweger, weil der kann heilen und hat solche kleine, wollen wir keiner beschwören. Eine große Wettbewerbe. Die ganze Wettbewerbe. Das räumt sich nicht mehr auf. Hey, mach dich. Diesen Schmarsch, bestätigen. Einfordern und greifen das Drache Utopia an. Welches? Geht nur das eine? Okay, dann greifen wir die nochmal an. Hä? Ich bin auch schon oben. Leicht. Ach, das war das gewesen. Habe ich so wenig Schaden gemacht? Du, ich brauch den Stärksten, den Stärksten. Ich brauch den Schrägsten, den Schrägsten. So, fangen wir jetzt an. Stark. So, das war's mit Tanks. Wo ist der Drache? Da ist der Drache. Oh, der Drache. Was soll jetzt noch sein die linkeante Wettbewerbe? Was soll ja, wir sind da auch los. Ich overheine 3 hin, Alter. Tschüssi. Nein, da ist schon wieder. Nein, nicht geschafft. Genau vor dem Ende gestorben. Gut. Hauptfest. Wie viel fehlt mir noch? 5 Punkte. Gewinne einmal in einer Kampagne. Wie schon beendet die Kampagne? Was ich für jetzt zurücksetzen? Bestätigen. Wie überspringen. Bestätigen. Hallo? Erst muss ich den da machen. Geht doch. Durchbauschen. Wo ist jetzt der Kampf? Bald bin ich fertig mit der Karte. Yippie. Ist er schon als gewonnen? Sicher. Ich bin fertig. Gut. Jetzt kann ich nochmal kurz gucken, was für rote Punkte hier sind. Was ich am Anfang überspringen wollte. Erstmal mal jetzt so ganz schnell. katt? Ja. Das hier ist wieder. Tack. 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 Bestätigen. Okay. Immer noch ein Rote Punkt. Bestätigen. Ah, ja ok, da brauchst du einmal einen Knopf, immer noch ein roter Punkt. Ist das? Reiter, Reiter, Reiter. Und der kann da stehen bleiben. Oh Gott, das ist ein Schneller. I need the Fox I need the Fox I need the Fox Glee That's Siderkampf Follow me to victory! Follow me to victory! Okay! Geschafft! Durchmarsch! 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 Fertig! Der rote Punkt ist aber noch da! Ist nicht Ruhe! Das habe ich noch nicht beendet! Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders! Ich setze keine Tanks ein! Nur die Scham machen! Da muss es aber schnell gehen! Wulff! Hungry! Das war's! Ich hätte den wahrscheinlich noch umsetzen müssen! Egal! Jetzt haben wir nur Schaden gemacht! Also gleich beim ersten Schlag mit Angriff sind alle down! Und! Meistens ja nicht so schön wenn alle down! Und! 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 Das war's! Hymn! Dann dauert es noch ein bisschen! Du kannst nicht unbedingt einfach machen! und noch eine Mission und da auch noch eine Mission ja schon fast diese Truhe Nachrichten ein Vorhaber aber hier du 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 Shad aber nicht Nr. 8 ist noch frei das war einladen Freund Egal Pakete Ok Ad Fakte Aufrecht Das war es auch schon Helden Ich werde Erathia zu ihrer früheren Glorie So ich kann beide machen 6666 Ich werde den Zauberspruch möchte ich erst die anderen alle auf 6 machen 1 auf 6 aber bei denen glaube ich auch schon Ich habe den besten Archer in der Welt Ah ne noch nicht ganz Aufwärter 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 Und den noch Jetzt kann ich auf sie weitermachen Ich werde Erathia zu ihrer früheren Glorie Ich werde Erathia Das war's Das war's Das war's Was soll ich denn jetzt übersehen Ach die Geschichte Die Geschichte Die Geschichte Die Geschichte Wie doch! Einheiten! Zum verbanden Einheiten angekommen. Der war der Nächste. Das war's. Und daher. Der. Der. Bei dem. Halbaufstiefen. Gut. Das war's mit den Einheiten. Jetzt haben wir ein Paket gedreht. Premium Paket. Ja. Läuft. Haben wir hier eine Horschung gemacht. Na ja. Ergebnisse. Na ja. Hier haben wir 50. Mal fertig. Oh. Keine Ahnung. Überspringen. Überspringen. Bestätigen. Und das letzte. Einfordern. Keine Ahnung. Noch nicht. Ach. Ich soll was ausmehlen. Der Donnerhelm. Aufmerksamkeit. Gut. Dann war's das jetzt alles. Jetzt ist ein Artefakt wieder frei. Egal. Und das war's für heute. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.